Hallo ihr Gangster da draußen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online bei einer kleinen neuen Mission mit dem Dennis der gerade hier ist. Hi. Okay, well done. Take this up for a living. We're making progress here. Like I said, nothing complex or dangerous and that is exactly the way I want you to approach this next little task. We are going to borrow something off the Navy, an EMP. They're not gonna mind. The thing is kept on a plane, the plane is kept on a boat, the boat is kept in the ocean. All very simple, just borrowing something off the government, like a library. You are going to bring the plane here. We're going to unload the EMP, sell the plane to fund the rest of the operation, write up the late fees. Easy. After that, you need to deliver the EMP here. We're going to borrow a helicopter from here and we should be good to go. All right? Great. Good. Call me. Yo, das geht richtig ab heute. Also ein EMP-Gerät müssen wir besorgen beim Human Labs. Da sieht man auch nochmal den ganzen Folgenablauf. Die vorletzte Folge haben wir ja das mit dem Zugangscode geklärt. War der falsche Deal. Letzte Folge. Mega lustig. Totgelacht uns hier bei diesem ganzen. Das war echt crazy. Wo wir den Wagen da geklaut haben. Und jetzt das EMP-Gerät. Und das soll ziemlich schwer sein, ne? Ja, das ist es noch nicht, was ich meine. Aber hier müssen wir jetzt einen Flugzeugträger besuchen und dort die Hydra klauen. Und dann müssen wir gegen Kampfjets in der Luft fighten. Also eine richtig schwierige Sache. Man erinnert sich ja noch an meine super Flugschulenfolgen, ja? Und das habe ich ja natürlich auch alles wieder vergessen. Okay. Aber ich bin ja ewig nicht mehr geflogen. Okay. Ne, das will ich aber den lautlosen Pilot. Sehen wir den halt an? Ne, ist ja low. Ah, ich nehme den lautlosen Pilot. Der sieht killermessi aus. Ja, ich finde das gut. Los geht's. Okay. Das ist ja wohl, das ist jetzt nicht so richtig geil. Ja, aber du musst bedenken, wir sind jetzt wie so eine Navy-Seal-Truppe, ne? Aber nur in chaotisch. Achso. Ach, sowas kriegen wir mal hin. Das glaube ich uns nicht. Das glaube ich uns erst, wenn sie sehen. Das ist eine richtige Nacht- und Nebelaktion immer. Also in der Hydra ist nämlich das EMP-Gerät verbaut. Ach, ich brauche gar nicht den Dings. Ich kann auch hier coole andere Sachen anziehen. Ja, yo, yo, yo. Ach nee, komm, wir machen's real, ey. Komm, wir machen's real, wenigstens eine Gasmaske hier. Ne? Genau, Mann. Wollt ihr, wollen wir mal loslegen? Ich bin bereit. Jetzt, komm, komm, komm. Alter, ich bin sowas von bereit. Ab zum Flugzeugreiter. Alles klar, Jungs. Okay. Was ist denn? Oh, da kommt aber einer schon frisch angezogen raus. Jo, und hier ist noch so richtig hart drauf und die kommen dann ihre Piloten. Also voll unauffällig, einfach mal so chillen. Ja, das muss ja so. Was ich aber sehr, sehr enttäuschend finde, ist, dass es den Flugzeugträger leider nicht im Freeroam-Modus gibt. Also nicht in dieser normalen Welt. Den gibt es nur in dieser Mission. Das finde ich echt schade. Jo. Okay, rein da, Benni. Komm, ab die Post. Ab jetzt, Jungs. mit dem Moped unterwegs in Los Santos. The EMP is out at sea, but get over to Elboro Heights first. There's a boat there you can use as tinder. Begib dich zum Dingy. Das ist ja ein Ding. Dingy, 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 dingy. Enjoy this moment of calm before the storm. It won't be an actual storm, according to my weather app, but there'll probably be explosions and waves, caused by things crashing into the sea. Hopefully not you or the plane we're after. Only the bad guys will crash into the sea. It'll be uplifting, but dramatic as well. So, uh, yeah. Enjoy the calm. Ja, man. Die Stille, ne? Also der Typ geht mir schon irgendwie auf den Zwirrenmeer. Ja, der labert immer zwischendurch. Der labert so viel Schrott und der ist nicht lustig. Den würde ich mal echt gerne in die Szene ziehen, ne? Gibt's dem hier mehr dann? Na, äh, äh? Was? Was war denn das jetzt, Curry? Was ist das? Ja, keine Ahnung, mein Akku war leer. Ich weiß auch nicht, ey. Der Frontal-Crash bei Curry. Oh, mit dem sitz ich auf dem Moped. Sag ich, yo. Motorrad, Moped sagt man ja. Kann man ja mal sagen, ne? Manche haben mich nämlich gefragt, was ist denn ein Moped? Da dachte ich, hä? Das sagt man doch. Ja. Oh! Yeah. Scheiße. Ey, nein. Oh, nein. Das kann man bitte nicht noch. Du lebst vor der Liste. Curry, du hast die. Nein, der ist tot, Alter. Vor allem bei dieser Mission. Curry, du bist ein absolute Genius. Nein, da war plötzliche Leitplanke. Ja, plötzliche. Aber das ist dein gesporn. Oh, oh, oh. Nein, jetzt, Bon. Komm, Benny, wir beide machen das alleine. Ja. Auf geht's. Warte, Jungs. Ich musste da irgendwie runterkommen. Nimmt uns mit, bitte. Ich bin aggressiv. Komm, Benny. Okay, okay, wenn das schief geht, dann trage ich die Schuld, okay? Ja, okay. Okay, ja? Ja, du musst dann die Mission, aber für uns alle vier nochmal spielen. Ja, mach ich. Also, wie du das machst, ist mir egal. Ja, mach ich. Ich gebe euch auch ein Vanilleeis aus. Geben die einfach Gas. Das kann nur der Dennis sein, der da steuert ist. Ich warte doch hier. Ich kann nichts machen. Ja, klar. Das wurde es mindestens schon 1,98 Meter weiter weg. Ja, komm. Hä, warum hat sich jetzt keiner nach rechts gesetzt? Ey, Alter, wie lange braucht ihr? Ich schwimme daneben, wäre egal. Habt ihr das gesehen? Wie schnell ich bin, Alter. Okay, let's go. Yo. Olympiade. Alter, Olympiade bin ich dabei. Da vorne ist der Flugzeugträger. Yo, yo, yo. Also, Alter, ich verstehe mich auch ständig. Du hattest doch noch einen Hut bei uns ein. Guck da vorne, seht ihr ihn? Ja. Ey, also ganz ehrlich, wer hier noch ein gutes Gameplay erwartet. Oh, Junge hat damit die Sprecher da. Das ist der Faktor. Der Faktor ist die Shopping-Liste. Aber du hast es in deinen Händen. Und du rufst über die Aisle und füllst unsere Karten. Kennt ihr dieses Hallim-Shake-Video? Von dem Boot? Nein, noch nie gehört. Mach mal die Ego-Amp-Perspektive und guck mal nach hinten. Okay, Moment. Also du musst nach vorne gucken in dem Fall. Ah, okay. Woah! 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 Halt euch selbst, Jungs! Oh doch, der redet wieder. Woah! The crew leaked an inventory on the darknet. Put everything up for sale, the bastards. If we don't get this equipment, it'll go into the hands of the terrorists. Not thieves. Okay, wissen wir Bescheid. Also wir müssen da wirklich Gas geben, in dem Ding, wo das wird das Schwere ist. Woah! Woah! Aber wie gesagt, das Baby gibt es leider nicht im normalen Modus. Das finde ich echt nur im Deutschen. Schade, aber geil, ja. Den Senkrechtstarter? Nee, nee, dem Flugzeugträger hier. Nur in der Mission? Den Senkrechtstarter kriegst du, aber auch nicht einfach so. Doch, den Hydra kann man dann nicht kaufen. Okay, alles klar. Das hat der Dennis schon gemacht. Ja klar, der ist ja im Bonze. Ja sicher, Playmassive, ne? Okay, wir müssen da rein. So, parken. Was macht der denn? Setz dich rein da wieder! Ich dachte, ich wollte schon schwimmen da hin. Das kommt doch viel geheimnisvoller. So mit Messer im Mund und so. Okay, Maske auf. Bring jetzt hier raus. Oh! Ach, okay. Cool, ich hab viel cooleren Abgang gemacht. Okay, warte. Waffen an, Maske auf. Waffen an und Maske auf. Let's go! Masken auf. Aber ich hab ja schon so'n Helm. Kann man nicht hier durchgehen? Und wir müssen uns jetzt auch so fühlen. Äh, ich weiß. Wo geht ihr hin, die Jungs? Hier, hier geht die Post ab. Achso. Ey, ich bin hier schon am Feind, die verlaufen sich. Dennis, warte! Ich guck mich schon alle an! Dennis, wenn du stirbst bist du mal. Alter, was geht denn hier ab? Geht in Deckung, geht in Deckung, in Deckung, in Deckung! Oh, ich stürme! Warte, geht nur in Deckung, Mann! Jo, 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 jo! Hab ich, hab ich. Ich hab die Linke. Sehr gut. Boah! Links, rechts, links! Da vorne ist nur noch einer, oder? Ja, schon mit denen. Oh, von rechts! Und von links! Alter, was ist das für ne mega geile Mission, bitte! Wo sind die? Überall! Das sind die, das hat die! BAM! Jungs, go, 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 go! Go, go, go! Boah, von hinten! Von hinten! Oh Gott! Pass auf, wir werden auch von hinten geschossen! Ja, den hab ich geholt! Sehr schön, Benni, super, Alter! Ja, Leute! Ran an die Bulle! Oben, oben, links! Ey, mein Typ ist voll langsaschen! Ist die Rüstung irgendwie voll schwer, oder so? Dennis, links oben! Achtet auf euren Balken, Leute! Wenn ihr Leben ab habt, dann müsst ihr unbedingt was essen! Was essen? Ich rücke ein bisschen weiter vor! Ich rücke ein bisschen weiter vor! Ich rücke ein bisschen weiter vor! Das Leben wieder auf! Hier ist alles sauber! Komm! Komm, komm, komm! Wir müssen nach oben! Okay, wir müssen hoch! Oh nein! Dennis ist tot! Dennis! Wer hat die Granate geworfen? Das war ne Granate von nem Typen! Der hat den Dennis voll weggebumst! Nein! Was war das denn? Ja, wir können doch jetzt direkt neu starten, oder? Ist doch nicht schlimm! Ja, wir können Schnellmodus machen! Ja, was war das denn? Ja, ich hab ne Haftbombe geworfen! Ja, der Curry! Du hast gesehen, dass der Curry das war! Oh nein! Du hast also Curry! Ja, aber nicht auf dich! Ja, auf Dennis! Nein, nicht auf Dennis! Aber auf das Flugzeug quasi! Du hast die aber kurioserweise dann gezündet, als ich da stand! Ich hab dich voll ausgeblendet! Das war jahrelang geplant! Auf dem Flugzeugträger, den sowieso keiner mehr besucht! Geile Nummer! Okay, wir können jetzt aber hier wieder starten, oder? Wie läuft das? Machen wir einmal weiter, ey! Kann passieren! Aber immerhin haben wir jetzt wieder volles Leben, oder? Ja! Sieht man, dass nicht nur ich so viel Scheiße baut? Aber keine Rüstung mehr wahrscheinlich, ja? Ach Curry, was sollen wir mit dir bloß machen? Ich hab's nicht extra gemacht! Ich wollte die Gegner umbringen! Sah so heil aus! War mir so klar, dass das passiert! Ich sag noch so, yo! Hier ist alles sauber! Guck mal, war doch gut! Wir haben Panzerungen und wir haben wieder Leben! Achso, wollen wir rumbleiben! Alles klar! Was hast du denn hier? Leute, lasst ja die Griffel von den Haftbomben! Ich lass die erstmal vorgehen! Okay, Haftbomben... Undercover! 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 Bam, 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 bam! Alle tot, alle tot! Das wird ein Sturmtrupp jetzt vom Feinsten! Ja man, wir gehen hier jetzt durch wie Butter! Genau so! Curry voll am Essen! Wenn die wieder voll die Sprüche am raushauen! Ja, ja! Immer so trocken auch! Immer so furztrocken einfach! Okay, Jungs! Voran, voran! Okay, Leute! Los! Wir übernehmen die Linke! Pass auf, Curry! Ich tüte euch! Hey, ich tüte euch nicht! Nicht mehr! Okay, ich häng hier fest! Was ist das für ein Binderter Scheiß? Weißt du, die Leute googeln diese Mission und denken sich, boah geil! Ich will unbedingt Gameplay sehen! Dann kommt dieses Video hier ein! Oder oben hängt einer! Ich kann ihn nicht angesehen! Wo hängt der? Da, ich hab ihn! Oh ne, der ist vor! Okay! Vorsicht! Voran, voran! Hier liegt wieder vom Curry ne Bombe! Nein, nein, nein! Vorsicht, der Curry! Ja, super! Hast du uns die 10 Millionen versaut! Ja, Curry! Das wird teuer! Okay! Und weiter geht's! Ich bin an deinem Rücken! Was? Boah, ist der langsam! Ich bin an deiner Seite! Jetzt bleib hier oben! Jetzt können wir die Helis zerstören! Ja, mach, mach, mach! Ja, hab ich mich auch schon gefragt! Nein! Boah! Curry, was machst du denn da? Das ist am Lüftungsschach abgeprallt! Was schmeißt du denn da immer rum? Na, ich will die Jets doch zerstören, damit die Gegner explodieren! Hör auf! Das lieber nicht, Curry! Da sind doch gar keine Gegner! Ah, hier sind keine! Ah, hier sind keine! Oh, das ist ein Holzkopf, ey! Ohne Witz! Okay! Ja, da war ein Lüftungsschach! Hm! Na, warte! Was ist heute los mit dir, Alter? Du spielst so schlimm wie ich! Also in meinen besten, besten Phasen, so! Für Curry ist heute einfach nur... Ich weiß auch nicht! Ich dachte nur, der Heideltraut hat hier einen Haftbombenfetisch! Aber nee! Was ist der mit dem höchsten Level und baut die meisten Scheiße? Ich will doch nur helfen! Okay, wir müssen jetzt da hoch! Wir müssen jetzt da hoch, Leute! Ja, sag mal, Dennis! Weißt du, welcher Avatar auch zu dir passen würde? Ne! Ach, ich renne euch einfach... Nein, wir springen jetzt nicht runter und verletzen! Wetten! 100 Euro, dass jetzt wieder irgendwas kommt! Ja, was denn? Ich geh die Leiter runter! Ich mach so eine Scheiße! Wir müssen da raus! Kennst du Dennis aus der Zeichentrickserie? Ja, sicher, Mann! Der würde auch zu dir passen! Und du bist Mr. Wilson, oder was? Mh, ja! Achso! Guck, wie sind wir alle hinterherlaufen! Dennis, was machst du denn? Da vorne ist ein Gegner! Was? Ich renne hier mal mit dem Benni gerade lang, wenn wir uns hier schon super Sword-mäßig Ja, ja, hier oben! Hier oben ist der Gegner! Okay, ja! Oh mein Benni! Wow! Bei mir passiert gar nichts mehr hier nachher! Da ist es! Geht's da weiter? Ja! Hier durch! Vorsicht! Ich nehm dich bei einer Schrotflinte! Wow, sind wir gut! Wohlflinte ist eine gute Idee! What the fuck, Alter! Ich hab einen Snacken an! Ich hab ihn weggesnatcht! Oh, oh! Leute, es geht jetzt raus! Oh mein Gott! Komm her, Mann! Curry, lass die Bomben weg, ne? Ja, ja! Oh, die schießen schon kräftig! Hier sind auch welche! Hier ist Meister Propa! Okay, ist tot! Ich hab einen erledigt! Oh nein! Linke Seite! Linke Seite und rechte Seite! Oh! Da schießen sie! Boah! 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 Ab in Deckung, Leute! Da ist es nur ein Einzelflieger! Ja, ist ein Senkrechtstarter! Guck mal! Yo! Yo! Ich fliege wie ein Stern! Leute, ich glaub wir kriegen jetzt ein Bluff! Oh Gott! Oh Gott! Ich muss schnell in ein Flugzeug! Warum warte ich nicht einfach hier? Find ich viel cooler! Ja, kommt jetzt mal hier! Leute, wir wissen in Ruhe, Alter! Dieses scheiß Typen sind so lang! Weiß der Volli Kampfschat ist immer mit der World! Alles gut! Weiß auch nicht! Wie starte ich den Senkrechtstarter nochmal? Ne, du hast keinen! Einfach Gas geben! Oh, einfach Gas geben! Boah! Okay Leute, wir kriegen ganz viel Jet-Piloten! Stimmt, ich hab ja nur normalen... Wir müssen über Los Santos fliegen unbedingt! Da können wir gut fighten! Ja, ja, ja! Boah! Ich bin der schlechteste Düsenjet-Pilot aller Zeiten! Sack! Boah! Die haben schon gedreht! Dennis, du musst schön immer in Kreise fliegen! Boah! Die kommen zu mir! Ich flieg ganz nach oben! Ich lass die euch alle töten! Ich mach hier einfach nix! Ich mach eine Sight-Tour! Warte mal ganz kurz! Waffen-Nasional umswitchen! Raketen! Raketen! Äh, Viereck! Viereck, ja, ja! Ja, Viereck war das! Alles klar! Okay, Jungs! Jetzt aber! Fuck! Jet Nummer 1! Auf jeden Fall schwinden die alle! Ja, die wollen mich holen, Leute! Die müssen mich covern, ne? Ey, was hättest du los? Wo bist du denn? Ich flieg genau übers Wasser! Na komm, Jet Nummer 2! Yo! Hol' mir jetzt auch ein! Jet Nummer 2 ist Geschichte! Der ist halt durch! Fliege! Ey, warum hättet ihr denn nicht an? Ja, ich würd auch mal gern was anvisieren! Ich komm jetzt hier von oben! Ich fliege! Ich fliege! Ich fliege! Ich fliege! Ach, fuck! Der nächste! Und... Zack! Jet Nummer... Ja? Ja, Mann! Komm schon! Oh! Boah, einfach knapp! Ja, Mann! Ja, Mann! Einen hab ich erwischt! Okay, let's go! Weiter! Kommt, Leute! Yeah! Ich hab auch schon zwei! Weiß Stück haben wir noch! Jawoll! Der ist auch tot! Einen haben wir noch! Einen noch, Jungs! Perfekt, Leute! Tun wir den! Jaaaaaaah! Hast du ihn? Jo, Mann! Hast du ihn? Jo, nice! Ja, der fliegt noch, oder? Ja, der geht aber runter! Der geht runter! Ja, der geht runter! Der fliegt da gerade hoch! Dann fliegen wir mal nach Los Santos! Okay! Unbedingt drehen! Nicht aus dem Radius! Unbedingt drehen und zurück! Jo, jo, jo! Wuhuu! Zum Übergabeort! Okay! Alles klar, Jungs! Sehr gute Arbeit! Juuuhuu! Warte mal auf euch! Der Top Gun Musik! Hör mal! Geil! Ich krieg die Lande noch niemals hin! Ah doch, das geht! Ich spring einfach mit dem Fallschirm raus! Boah, das macht's nicht weiter! Und dann klatsch ich nochmal gegen den Felsen! Oh nein, ey! Das nehm ich mir heute vor! Mal gucken, ob ich das hin kriege! Wir haben ja noch ein Teamleben! Das gehört verschwenden wir für eine gute Aktion! Ich glaub, wenn du jetzt schierfst! Der fliegt da so weit unten! Was soll das? Ich bin das! Warum denn nicht? Nein! So easy! Nein! Nicht, dass da gleich irgendwo ein Strommast auftaucht oder so! Alles klar, Jungs! Drei! Zwei! Okay, Jungs! Wir müssen nach links drehen und dann landen! Ich weiß doch, das ist der beste Pilot der Welt! Ich bin eigentlich immer nur so Tor! Sorry, man! Sorry, man! Dann müssen wir landen auf dem Flugfeld! Ja, auf dem Flugfeld! Genau, auf dem Flugfeld! Ah ja, okay! Ich spring hier raus! Wer landet denn heute? Ja, ich würd's nicht riskieren! Eigentlich muss nur der Dennis landen, ne? Eigentlich schon, ne? Ich hab mal einen richtigen Abgang, Alter! Ich hab mal einen richtigen Abgang! Ja, okay! Wenn Balle rausspringen und es passiert nichts, dann mach ich das auch! Nee, jetzt hat er auch mit dem Quatsch! Darf ich mal einen richtigen Abgang und lande im See! Ich bin Action-Hero, weißt du? Dennis, warum ist was passiert? Ich bin exotiert! Ernsthaft, Benni! Nee! Wie das? Nein! Versuch nicht zu landen! Okay, dann muss ich den Abgang erst recht machen! Nein! Nicht Abgang! Woah! Geile Nummer, Alter! Was war das denn für ein Mega-Ritt jetzt? Ich hab keinen Fallschirm! Alles cool! Ernsthaft, Balle? Nein! Ich hab keinen Fallschirm! Ich hab keinen Fallschirm! Ich hab keinen Fallschirm! Ich werd jetzt sterben! Nein! Ist das jetzt ein scheiß Witz, oder was? Das ist kein Witz! Das ist auf jeden Fall ein Witz! Nein! Das ist kein Witz! Nein! Du hast die Räder nicht draußen! Was? Oh Mann! Doch, ich bin gelandet! Nein, Mann! Ihr seid doch assi! Oh, Leute! Warum macht ihr denn keinen Fallschirm dabei? Leute, ist das euer Ernst? Der hat den doch immer standardmäßig dabei! Fuck! Ich glaub, der hat den zwei gefühlte zwei Meter vom Ziel entfernt! Ja! Alter! Ich hab die Pfanne schon in Hand gehabt! Fuck! Jetzt ärgere ich mich grad darüber, dass ich die Aktion gemacht hab! Weißt du, Benni ist abgestürzt, dann hätte ich nicht mehr sterben dürfen! Ich hatte keinen Fallschirm dabei! Aber in dem Moment warst du schon in der Luft! Naja, in dem Moment war ich... Ich bin rausgejumpt und hab gedacht, easy! Ich hab ja einen Fallschirm! Easy! Machst jetzt voll den geilen Abgang und wir bringen die Situation nach Hause! Weißt du? Aber war ja ein cooler Abgang! Er sagt nie wieder zu mir, ich würde schlecht spielen, ey! Nee! Aber das hat ja nichts mit schlecht spielen zu tun! Es war einfach behindert! Du hättest ihn noch einpacken müssen! Ich wusste nicht, dass man nicht bremsen kann mit dem Ding! Ja, ich hab nämlich gebremst und dann hat der sofort die Turbine da hinten ausgeschaltet! Oh nein! Und ist abgestürzt! Ja, wir müssen jetzt einfach in den Jet rein und wegfliegen, Leute! Dann müssen wir nochmal die Jets holen und dann hat sich die Sache! Ja, eigentlich muss nur der Dennis landen! Okay, dann mach ich gleich nochmal keinen Abgang! Nee, Leute, jetzt riskiert er mal nicht! Seid ihr wahnsinnig? Warum? Wahnsinnig! Warum? Der ist grad gestorben und fragt warum! Wahnsinnig! Ja, das ist ein ernstzunehmendes Problem hier! Wir müssen echt jetzt... Mischel... Mischel wie Arsch! Wie wird das bei der nächsten Mission? Aber warum hab ich keinen Fallschirm dabei? Ich mein, das ist ne Jet-Mission! Ja, jetzt hast du bestimmt einen... Nee! Meinst du? Die haben keinen Fallschirm dabei! Oh, Jungs! Jetzt go, go, go! Ihr müsst mal Ego-Perspektiven fliegen! Ah, Walle! Alter, was soll das? Woah! Ich war wieder, ey! Okay! Oh, da sind wir wieder! Mit Jets, Leute! Das wusste ich noch gar nicht! Das wusste ich noch gar nicht! Was wusste ich noch gar nicht! Dankeschön, Curry! Und jetzt rückt die Studie! Der war alle alle so mega! So! Okay, die Jets sind eingedreht! Ich stand so... Ich war vor dem Ziel, ey! Einfach so krass! Aber ich glaube, wir müssen alle landen! Kann das sein? Nee! Nee, glaub ich nicht! Ja, was ist das denn? Ja, da müssen dann für immer ne Luft bleiben, oder was? Ja! Ist doch egal! Nee, das ist egal, was wir machen! Alter, drei Raketen fliegen im selben Jet-Detail! Ja, ich hab den gerade auch befeuert, aber irgendwie wollte er das nicht so richtig! Ist er jetzt tot? Nee, der fliegt noch! Schön in der Nähe von der Stadt bleiben, Jungs, ne? Ja! Oh, wen haben wir denn da? Nicht zu weit wegfliegen! Boah! Alter! Nice! Jet Nummer zwei! Zack! Okay, Leute! Weiter, weiter! Go, 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 go! Bam, 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 bam! Komm schon, das gibt's doch nicht! Boah! Wie geil das gerade aussah! Boah! Was ist denn hier? Mir ist die gerade an der Rakete am hier vorbeigeflogen, Curry, Alter! Wie geil das aussieht, bitte! Boah! Ich wär fast mit dem Jet-Ecke hier! Oh, ich hab hier noch einen am Arsch! Zwei sind da noch, oder drei, ich weiß! Naja, ich bin zwei bei denen! Jo, ich fliegen Informationen! Lock, 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 lock! Fuck's two! Fuck's two! Come to! Coming! Boah, Alter, der Tappel! Boah, Alter, den haben wir echt schon mit der Lupe genommen! Okay! Yo, das war doch super! Nice! Das war's überreden! Jetzt keinen Scheiß bauen! Ja, sorry nochmal, ne? Wie ganz ehrlich! Ist doch egal jetzt! Wie nice das aussieht, so in Ego-Perspektive, Leute! Ja, war lustig auf jeden Fall, aber ich hab's halt so echt nicht geplant! Wär geil gewesen, hättest du es halt noch geschafft! Ja, ich hab's auch nicht so geplant! Ich stand so knapp vor dem Ding, ne? Boah, ich dachte auch, warum hab ich keinen Fallschirm dabei? Ist so ne Unverschämtheit, da macht der sowas! Boah, Leute, ey! So, ich geh mal wieder ein bisschen Speed! In Ego-Perspektive, Informationen fliegen, ist so nice! Hallo, Curry! Boah, die Ego sieht ja auch richtig cool aus! Hallo, Dennis! Alter, wie geil ist das denn bitte, Dennis! Oh ja! Aber ich mag's irgendwie nicht, in Ego zu fliegen! Man hat so voll keinen Überblick! Aber das sieht so nice aus, wenn zum Beispiel ein befreundeter Jet vor dir fliegt oder so! Das ist echt cool! Befreundeter? Ja! Wir sind keine Freunde! Doch! Echt? Wir sind alle Freunde! Sind wir alle Freunde? Ja! Dann könnt ihr mir das ja auch sicherlich verzeihen, ne? Beste Freunde! Beste Freunde! Aber es wär so'n geiler Abgang gewesen! Oh mein Gott! Scheiße! Jetzt mach keinen Scheiß! Mann, Scherz! Alter, Dennis, das war verdammt knapp, ne? Also das war jetzt nicht bloß dich! Das war gar nix knapp! Ich muss mal nach hinten kommen! Ja, ich hab's gesehen von hinten, ne? Was ist denn da explodiert? Wie letztens, wo du im Knast warst? Was ist da explodiert? Von hinten hab ich's gesehen! Ja, wir beide waren doch zusammen in der Zelle, weißt du den mehr? Ne, ne, das war die Ruche! Boah! Ja! Mit dem einen Großen da! Was? Dem Dunkelhäutigen? Mit der Anaconda, oder was? Mit der Anaconda! Der nimmt ja auf mit Raketen hier rumzuschießen, Mann! Boah Konstriktor! Wo war das denn genau? Boah Konstriktor! Okay Benni, landen! Ich lande nicht! Ne, ich lande nicht! Doch, ihr landet jetzt! Ich lande nicht! Leute! Ich lande auch nicht! Ich will nicht landen! Ich weine nicht! Ganz nach oben! Wenn wir jetzt schon wieder die Mission scheitern, dann lande! Ich lasse euch jetzt erstmal landen! Und dann mache ich hier richtig spektakulären Megamist! Lande jetzt, Dennis! Erfolgreich! Gelandet! Mit jeder Sekunde steigt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand stirbt! Ich lande, okay! Ich touch down! Ich touch down! Ich touch down! Ich touch down! Ich habe den Boden mit touch down! Hast du geladet? Der hier über dem See gibt es aber oft einen kleinen Strömungsabress, ne? So! Die Mucke, Alter! Hör mal! Oh ja! Sag mal, müssen wir jetzt alle da landen oder was? Ab in den Hangar! Nein, 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 nur Dennis! Hallo Dennis! Hallo Dennis! Hey, du stehst falsch, Dennis! Oh, das ist der falsche Anger! Oh, verfährt der sich auch noch, weißt du? Die besten Profis der Welt! Ja, das Follow-Me-Auto ist falsch gefahren! Oh Gott! Strömungsabress! Strömungsabress! Oh mein Gott! Fahr bitte schnell! Ich bin da lang geblitzt! Hast du gerade das gesehen, dass man... Schau, 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 schau! Ja, ja, ja! Und jetzt? Es ist Looping-Zeit! Ja, Alter! Mission complete! Ey, warum kann ich nicht noch mit dem Scheiß machen? Oh, zum Glück, ey! So souverän haben wir das noch nie gemacht! Ja, theoretisch geht das! Souverän! Alter, ich bin... Das war ein Mega-Erfolg, ne? Die EMP kommt aus dem Jett. Er geht zurück in das 4x4. Wir benutzen das Jett, um ein Geld zu machen, destabilisieren die Öl-State, und wir prüfen die Insurgent, um zurück in das Meriwether-Pleet. Jetzt, du! Wir gehen nach Phase 2, und das bedeutet, die Insurgent, als es mit dem EMP ist, und wir ihn in die Humane-Labs, damit wir die Lichter- Hey! Wichtig! Das Ding! Das bedeutet, einen Valkyrie-Attack-Copper von... Well, das wird ihnen lernen, wer zu hören wird. Meriwether-Sicherheit von L.S. Voran, Willi! Voran, Willi! Reitung bestanden! Jetzt bin ich mal geschafft! Warum? Yeah! Warum? Guri! Warum ich? Ach, ist ja auch egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Ja, werdet Goal Goal! Wer war einfach der beste Gamer der Welt. Wer hat Gold geholt und keinen Fallschirm dabei gehabt? Wer hat Platin Gold? G, 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 G! krieg einfach immer extra Bonus, weil ich so coole Moves bringe. Weißt du? Das war der Mega-Move, ey. Ich hab die Rockstar-Bestechung. Ja, der Fallschirm, ey, ich dachte, als der rauspringt, so, wie? Du hast jetzt ernsthaft keinen Fallschirm? Oh mein Gott, kann der denn das doch schaffen? Oh mein Gott! Ja, ich stand so da vorne! Ja! Hab's gesehen! Vor allem, wie lang der Fall war. Wenn ich ein bisschen höher abgesprungen wäre, oder ein bisschen später hätte es geklappt. Ja, dann sag ich mal, wir machen in der nächsten Folge weiter, oder? Ja, also damit hab ich nicht gerechnet. Mach mal. Ich dachte mal, das ist so ein geile Action-Movie, Helden. Aber naja. Awesome. Das lief dann wieder Sarraza-mäßig, ne? Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Ciao! Bis dann, liebe Freunde! Ciao! Ciao! Halt's um. Beinbruch hier bei der Mission, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war ja verdammt knapp mit meinem Super-Stunt hier. Aber macht gar nichts, ey. Wir haben die Mission absolviert, und es hat nochmal richtig Laune gemacht, auch da lang zu fliegen, die Situation so ein bisschen abzuchecken. Ja, und irgendwie macht's doch Laune, und ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge auch wieder ein bei den heißen Missionen. Da gibt's nämlich jetzt noch viele, viele weitere, und die nächste Mission soll mega schwer werden. Bis zum nächsten Mal.